So, jetzt sitze ich wieder in der Sankt-Kathrien-Kirche, habe hier wieder mal meine Ständer gebaut, für die Handyhalterung. Das geht natürlich auch hier, hier mit. So, wunderbar gegessen heute. So, geht es, oder? Ich tue das hier mal so, hier sieht es von der Seite aus, und so von hinten. Alles Upcycling, sagen die Fridays for Tücher Leute dazu. So, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, jetzt werde ich noch mal ein paar Tragkleider-Büten machen. So. Oh. Ich tue die Aufmerksamkeit. So, Leute. Vielen Dank.